Die Märkte im Aufwind, zumindest mal der DAX mit einem ordentlichen Gap nach oben, das ließ sich schon vermuten, Asien, naja, sagen wir zumindest der Nicke, der war heute schon ganz tapfer unterwegs, komm werfen wir einen Blick drauf, wenn wir ihn schon da haben, dann kurz einen Blick da drauf werfen, also wir hatten zuvor Schub hoch, A, B, C, runter und jetzt sieht es so aus, als ob der Nicke Lust auf noch mehr hätte, wundern würde es mich nicht, ihr wisst ja, so der Klassiker ist, das ist ungefähr, das muss nicht exakt das gleiche sein, aber das was man vorne hat, da hinten nochmal passiert, Das ist ja so ein relativ typisches Bild, da ist der Markt im Moment unterwegs, ich denke mal zumindest für ein paar hundert Punkte wird das auf jeden Fall noch nach oben reichen und ob es dann wirklich die 100%-Marke, die läge hier jetzt bei 29.600 in etwa, das wird man dann sehen, aber wir wollen nicht so sehr über den Nicke reden, viel mehr interessiert uns doch aus Deutschland zumindest oder aus europäischer Sicht, viele Nachbarländer gucken auch auf den DAX ganz gerne, weil er sicherlich nicht ganz unrelevant ist, Der hat heute mit einem Gap nach oben eröffnet, kommt jetzt so langsam ein bisschen runter, aber das ist noch alles jetzt gar kein Drama, das ist alles noch völlig in Ordnung. Damit sind wir von unserer Überlappenszone vorläufig erstmal weg, wenn man von diesem Pinöckel, das hatte ich mehrmals angesprochen, da sind wir runter, das heißt wir haben eine Überschneidung hier gehabt, das ist sicherlich ein bisschen eine relativ harmlose Geschichte, weil es wirklich nur so ein kleines Pinöckelchen jetzt hier noch war, sozusagen am Ende des Tages, aber tatsächlich eine Überschneidung gab es, aber das scheint den Markt vorläufig nicht zu stören. Im Moment sieht es sehr nach diesem Bild aus, zack, nochmal hier Korrektiv und dann das hier in der Vollendung. Wenn das tatsächlich so passiert, das wissen wir natürlich noch nicht, aber wenn das tatsächlich so passiert, dann wäre immer noch ein Rücksetzer nicht untypisch. Manch einer wird sich darüber freuen, denn ich weiß, viele gucken darauf, ja guck mal, dann schließt sich das Gap, das müsste man allerdings auch waagrecht sein, dann komm, das kriegen wir nochmal hin. Ich werde häufig gefragt, Mensch, die Gaps, die schließen doch immer. Mit dem immer ist das so eine Sache, über lange Sicht wahrscheinlich schon, insbesondere wenn es dann wieder nach oben geht, dann irgendwann dann schon, aber die Frage ist, kann man das oder will man das aussitzen? So richtig geschlossen ist es hier noch nicht, also für die Hardcore-Gap-Freunde wäre so ein Rücksetzer sowieso nochmal ganz praktisch. Das ist allerdings gar nicht mein Thema, ich würde das niemals mit dem Gap begründen. Für mich ist ein Gap die schnellste Form der Bewegung, in dem Fall eben hier nach oben und dementsprechend eine echte impulsive Bewegung. Hier hatten wir das ebenfalls. Deshalb meine Annahme, meine These, kein Versprechen, aber meine These, dass wir hier in einem im Moment bullischen Markt unterwegs sind, wenn dem so wäre und es anschließend eine Korrektur gibt, dann bin ich super glücklich. Denn das würde bedeuten, vielleicht ist das, was wir die nächsten vielen Stunden, vielleicht vor dem Wochenende, vielleicht auch noch nach dem Wochenende zu erwarten haben und anschließend dann eine realistische Chance, dass sich das, wenn das da oben dann raus triggert, dann nach oben fortsetzt und wir die letzten Tage des Jahres tatsächlich nochmal dann nach oben geht. Also ihr seht, das ist eine heftige Bewegung. Ich sehe gerade, wir sind ja auch live hier miteinander verbunden, ja manchmal gibt es da kein Gap. Das ist der Index, der hat natürlich zwischen 17.30 Uhr und 9 Uhr zugehabt und dementsprechend gibt es da ein Gap bei den Sachen, die man zum Beispiel als Future-Markt anguckt oder die Future-Kurse, die ihr ja bei zum Beispiel XDB eben auch im CFD dann habt, die sind natürlich dann ohne Gap, weil da ist natürlich der Handel dann auch offen gewesen zu der Zeit. Das heißt, das ist dann nicht über den Tageswechsel hinweg passiert. Trotz alledem, das ist jetzt wie gesagt der Index, also wirklich Kassamarkt, wie man so schön sagt, 17.30 Uhr zu, nächsten Morgen wieder aufgemacht hier morgens. Also das ist die Idee dazu. So, also ihr seht, Schub nach oben ist immer mal ein gutes Zeichen, Rücksetzer sind trotzdem noch erlaubt, allerdings im Moment sieht es aus auf dem Weg nach oben. Das heißt, wenn es wirklich wackelig runter geht, immer dann, wenn es wackelig, A, B, C, merkt euch mal vor, guckt euch hier das an, das ist so ein A, B, C, dann seht ihr hier A, B, C, das sind alles so, so, das ist jetzt im Großen jetzt hier natürlich klar, das wird es vielleicht im Kleinen ebenfalls geben oder im Ganz Großen dann ebenfalls und dann Möglichkeiten geben, dann nochmal da entsprechend einzusteigen. Gucken wir mal auf die Amerikaner, die haben natürlich kein Gap, erstens mal, weil es der Future-Markt hier jetzt entsprechend ist und zweitens, die waren ja zur FED-Zeit, also als gestern das veröffentlicht wurde, waren sie ja noch wach und voll im Gange. Insofern ist das natürlich klar, dass die hier geblos sozusagen auch nach oben gegangen sind. Tja, das scheint vorläufig der Rücksetzer gewesen zu sein, ist mir sehr unausgeprägt, das ist der Grund, warum ich da noch nicht so sehr mit liebäugle, an so einer Stelle dann long zu gehen. Man hätte ja überlegen können, so im Nachhinein kann man da long gehen, jetzt kann man sagen, hätte man vielleicht tun können, ist nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht mein Liebling. Nicht irreführen lassen, das ist hier Minute, das ist vielleicht ein bisschen arg übertrieben, also das wäre hier der mögliche Trigger. Warum? Weil das eben relativ harmlos vom Rücksetzer ist. Für mich gilt dann immer diese Überlegung, wie tief ist denn der Rücksetzer gewesen und wir sind gerade bis zu 38, wir sind gerade auf der Linie, aber wir sind nicht sehr ausgeprägt. Es ist okay, also man kann das machen, aber ich mag es lieber ein bisschen deutlicher, ehrlich gesagt. Dann bin ich mir nämlich noch sicherer, dass nicht eine zweite Variante noch möglich wäre, dass wir quasi irgendwie hier in der Korrektur erst noch sind und dann die Korrektur kommt. Das wäre dann das Pandor, wie wir es beim DAX gesehen haben. Es ist gar nicht mal so sehr mein präferiertes Bild, aber möglich wäre das ebenfalls noch. Warum nicht präferiert? Weil, ich sage mal, die ja auch nicht so sehr ausgeprägt jetzt hier war. Ja, das passt eigentlich ganz gut zu dieser Bewegung. Hier eine scharfe Korrektur, hier mehr so zur Seite. Dann wäre das hier sozusagen die gesamte Korrektur dieses Anstiegs. Ihr habt hier wieder den Fünfweller. Hier habt ihr so eine kleine ABC-Kiste. Ein bisschen auffälliger ist es hier, wenn man das hier im kurzfristigen Chart guckt, dann hat man hier zumindest mal so den Eindruck hier dieses Zwischenhochs nochmal. Und, wenn dem tatsächlich so ist, dann müssten wir eigentlich realistische Chancen haben, dass der Kurs in den nächsten Tagen mehrheitlich nach oben geht und damit Ziele erreichen kann. Durchaus, nicht unrealistisch, über 37.300 oder noch höher sogar. Und damit wären wir wieder auf neuem Hochkurs. Und das würde sicherlich die Idee beflügeln, dass es nach oben geht. Das Ganze ist sogar saisonal recht typisch. Darüber haben wir uns interessanterweise gestern ein bisschen intensiver mal mit beschäftigt, dass klassischerweise die Märkte gegen Ende des Jahres, gucken wir mal auf sowas hier, lieben Dank an das Team von Saisonax, wenn wir hier die Daten mal dann einspielen von denen von der Webseite. Übrigens sehr empfehlenswert für alle, die, also ich will jetzt gar keine Werbung für die machen, aber darf man ja machen, wenn sie eine gute Leistung da machen. Dass hier saisonal es typischerweise gegen Jahresende ebenfalls nach oben geht, auch wenn das in den letzten fünf Jahren nicht der Fall war. Das ist übrigens nicht nur beim DAX so, das ist auch bei anderen, wenn wir es mal einblenden können, wo haben wir es auf die Schnelle? S&P beispielsweise um den breiten Markt. Die letzten fünf Jahre sind da relativ harmlos gewesen. Insgesamt kann man aber sagen, auf lange Sicht, das Ende des Dezembers scheint nicht die schlechteste Variante zu sein generell. Das ist kein Versprechen für aktuell, aber würde ja durchaus passen mit dem, was wir hier zu erwarten haben. Nämlich eigentlich haben wir das Türchen jetzt nach oben aufgestoßen. Das sieht vorläufig erstmal ganz weit weg aus. Auch die grüne Zone, die immer noch in Ordnung wäre, die auch nicht gänzlich vom Tisch ist, aber überhaupt nicht favorisiertes Bild ist, auch die ist vorläufig nicht in Angriff genommen. Aus meiner Sicht sieht es eigentlich aus, dass der Kurs jetzt Bock hat auf noch mehr nach oben. Selbst wenn es nochmal einen Rücksetzer dieser Art jetzt gäbe, das heißt, dass der Kurs nochmal sowas macht, so ähnlich wie beim DAX, das würde ebenfalls noch sagen, naja gut, dann ist das halt die Korrektur für die gesamte Bewegung und geht es halt danach hoch. Also das bullische Bild scheint weiterhin zu überwiegen und macht dementsprechend Spaß nach oben. Wie kann das sein, dass der DAX nochmal runter soll und der DAO nicht? Naja, es kann sein, dass der DAX etwas übertreibt. Der wird sicherlich auch ein bisschen runterkommen zwischendurch mal. Dass das beim DAX vielleicht ein bisschen größer ausfällt als beim DAO, ist ja nicht untypisch. Kann durchaus passieren. S&P ähnlich. Natürlich ebenfalls Türchen nach oben eher aufgestoßen. Nasdaq ebenfalls zumindest mal Chancen nach oben, wobei ich sagen muss, beim Nasdaq bin ich der, der am meisten zweifelt. Da ist am ehesten nochmal eine Chance aus meiner Sicht, dass das Ganze, was wir hier haben, noch so doof aussieht, dass ich mir das noch vorstelle. Vielleicht während der DAX nochmal runtergeht, vielleicht sagt sich der Nasdaq, na wenn die Deutschen fallen, dann fallen wir auch nochmal. Na gut, die Argumentation wird vielleicht umgekehrt sein. Wobei man dazu sagen muss, dass der Tech-Markt in Amerika natürlich mit dem deutschen Aktienmarkt nicht so direkt verbunden ist. Dieses Szenario finde ich hier noch absolut realistisch, aber auch das würde das Bild generell nicht kaputt machen. Das wäre halt eher diese Geschichte. Also der DAO ist da mit am schönsten. Der S&P so ein bisschen in der Zwitterstellung. Bei dem, muss ich sagen, weiß ich noch nicht genau. Deshalb ist es jetzt wichtig zu gucken, was er jetzt hier macht. Damit meine ich nicht mal unbedingt den Bornbar, den wir jetzt hier haben. Das ist ja gerade ein Shorty. Aber ob das noch sich irgendwie wackelig hier entwickelt, dann hätte man die Chance, hier auf die Longseite noch zu wechseln. Wenn der jetzt aber den Nachmittag über die Stärke nach unten beweist und nur wackelig nach oben kommt, dann manifestiert sich offensichtlich dieses Bild, was ich hier so angedeutet habe, im Sinne von irgendwie ganz grob jetzt mal gerechnet, diese Art und Weise halte ich für absolut realistisch, würde aber das bullische Bild auch nicht zerstören. Also da muss sich keiner angegriffen fühlen. Auch wenn es natürlich 700 Punkte nach unten ziemlich hässlich nochmal aussehen. Hey Leute, in Bezug auf diese Bewegung ist das ein ganz normaler Rücksetzer, so wie wir ihn eben tausendfach kennen, tausendfach gesehen haben. Also das sollte nicht irgendwie was Außergewöhnliches sein, wenn er auch diese klassischen Rücksetzerniveaus tatsächlich dann mal wahrnimmt. In dem Sinne, die Aussichten also positiv, anders kann man es fast nicht sagen. Die Jahresendrallye kann jetzt tatsächlich dann sich materialisieren. Die nächsten Tage sollten, also die letzten Tage, so muss man es sagen, im Jahr sollten gute Chancen haben, noch nach oben durchzustarten. Von kleineren oder größeren Zwischenrücksetzern mal abgesehen, denke ich mal, sind die Chancen dafür im Moment deutlich besser. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.